Hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren TOGETHER-Minecraft-Folge. Hier ist euer Chrissy Let's Play und ist der Minecraft 2018. Ich weiß sehr auch nicht wie ich auf den Namen gekommen bin, also ich hab gerade an Minecraft gedacht und dann hab ich mir nachaus gedacht was mit Minecraft zu tun hat. Und ich habe Eisen. Echt, gefunden? Ja, unten ist ganz schön viel. Ich hab jetzt ganz, ich hab jetzt alles. Ich glaub, wir machen das den Pistens lieber weg. Das ist irgendwie zu oft. Okay, da unten ist ein Creeper. Check hier nicht gegen Creeper, aber... Creeper sind scheiße. Sag ich ja. Okay, wieso hat jetzt das Zombie mein Stein in der Hand? Der Zombie, nicht das Zombie. Der Zombie, hab da. Du, du, du bist auch so der Zombie, äh... Der Zombie. Geil, ich hab's mal Rad gefunden. Was, wo? Bring Eisenspitzhacke, mach mal eine Eisenspitzhacke bitte. Dann kommst du, dann portlich dich zu mir. Warte, ich hab wirklich, ich will wirklich nur 3,3 Eisen, Junge, ey. Ja, mach, ich ne einen Eisenspitzhacke. Wofür sind Diamanten, äh, alles mag du gut? Ja, hab ich jetzt. Da kann er mit handeln. Ja, mach. Zum Beispiel Diamanten, okay, warte ich TP, nicht zum mir. TP, TP... Okay. 75 nach müssen wir Schluss machen, ne, ja, ja, ja... Je, je, je... ETHERными schon kam, das ist, wie hier im Moment noch kurz... Ja, da, da, da... Ja, Lass es lieber, wo es noch kaputt war. Ich steh, schon mal weiter runter. Ich hab' Leid, die ich hab'惡iker gefunden. Ich hab' Gold gefunden, ne? 3 wir haben genug Gold der Becker und ich wollte er trotzdem als er wieder auch voll scheiß viel gefunden er hat ja auch voll scheiß viel ich finde ich schon wieder Eisen obwohl es einfach mit jungen Eisen brauchen wir richtig dringend ich kann mal ich hab schon zehn Eisen scheiß mehr ich hab ja ich will ich hab nicht gesagt ich habe gesagt ich schätze ja ich bin ganz viele und ich kann zu ihr Jan 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 und er hat sie an die Antriele an Hilfe Kripa 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 die Anhörer mit mir hilft mir herrscher und singt uns nennen ein in einem Jahr heißt nicht die hier die Wester eigentlich Ich bin hier gerade unten. Mein beschissener Bruder versucht mich anzurufen. Boah ey. Alter, da oben ist so ein Scheiß-Skelett ey. Komm, verkack dich ey. Ich hab nen Bogen. Scheiß Junge, da ist das Lava. Ich hab's ja auch nicht zu springen. Ah Scheiße. Was? Creeper. Lebst du noch? Ja. Sei froh. Ey, kannst du mir mal dein Eis nicht bezahlen? Ich hab schon wieder drei Smarotte gefunden. Echt? Ja, wo bist du? Ich bin hier, Moment. Schau mal, schau mal. Ich seh dich, ich seh dich. Ah, schon wieder Creeper. Ach du Kacke. Alter. Alter. Was für ein Kacke ey. Wo ist das? Ich bin schon wieder tot. Was du? Was sind jetzt Maragdel? Hier ist einer. Scheiße, Spinne, 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 Spinne. Ich schüttet sie schon. Ich geh mal wieder nach unten. Bleib mal hier. Ich hab Redstone gefunden. Ah, da unten drückt, ich hab noch's mal weggefunden. Ah, stimmt, ja, für letztes Wort noch. Scheißdreck, schon wieder ein Pfeffer. Ich bin tot. Oh, try to swim in lava. Aber, ja, du hast versucht in lava zu schwimmen. Ah, ich geh jetzt nach Hause und dann baust mir immer noch das Zeug hast. Ist bei uns so ein Stein? Stein nicht viel, ich hab hier sieben Stein. Aber warte, warte mal kurz, dann kommen wir schon mit hier sprechen. Von hier unten sieht unser Haus sehr geil aus. Was ist? Von hier unten sieht unser Haus sehr geil aus. Das Heere ist das noch. Hatten wir nämlich mit, wo bist du gerade? Ich gehe gerade, äh, zum Haus. Versuch nicht zu sterben. Nimm mich aber mit zum Haus. Sie können nicht, worte ich jetzt gleich. Aber auch wenn das, äh, übelst schicken ist, was wir gerade hier. Alles tun, ne? Das kann ich jetzt schicken, nur wenn ich an nichts zu dir komme. War, 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 guck, ich gucke noch mal kurz, ob ich hier irgendwie noch Eisen finde oder so. Ey, ich hab noch ein bisschen Gold gefunden, ne? Ja, komm, mein Juni, ich brauche Stein. Oder Eisen. Guck mal, ob man Eisen noch überlebt hat. Okay, also, wo bist du? Nein, du bist ja in Lawe, das sind ja alle deine Items, ja, kaputt. Der Kripp hat mich, ich hab noch zwei gegen gehabt, ich bin, ich bin da, äh, boah, Alter, ich bin da, der Kripp hat dann so eine heffige Ex-Nuson Kraft ausgewirkt, dass ich da in die Lava eingefallen bin. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, das ist ein Zombie. Ach, ja. Toll, weil ich gerade einen Zombie töten. Ach, ja, bitte. Tu mal bitte dein Eisen, ich brauch ganz viel, ganz viel, ganz viel Zeug. Ich hab dir weiter daran wichtig, Kohle, ne? ich hatte auch ganz viel Kohle ich hab noch vier goldene geil darf ich die ersten drei Eisen benutzen ja mach doch ey wo ist meine Axt oder geh mal bitte Holz erhacken wir haben nicht mehr viel Holz oder würde ich gerade machen gehen ey hast du irgendwie Essen für mich oder so nein ist alles gerade schön verbrannt scheiße ich hab gerade nur als ihr schafft nur noch ein halbes herzene jenig die ehemalig nein und das ist das so geschehen dann sowas essen ich kann den Fasicht war aber ich gehe jetzt mal ich habe es nur ein Scheiß was ist mit Kakao ich weiß nicht wie man der Kuchen macht obwohl warte ich habe Weizen was nein da müssen wir jetzt Weizen anbauen dann bau mal Weizen mit an ja dafür brauchen wir eine Hacke dafür brauchen wir einen Eimer ich gehe nochmal in die Höhle ne hack nochmal ein bisschen Zeug ab alter ich brauche Hühnchen oder sonstiges ich brauche was essbares ja Luis tu einfach äh sterben und geh aber am besten dafür ah fuck in dein Haus in unser Haus sonst findest du nicht mehr raus so ich versuche es einfach hier noch zu überleben ja noch 5 Minuten haben wir ne aber ich gebe euch mal einen Tipp ne ähm wenn ihr irgendwie Bauverschläge habt oder Anregungen schreibt es einfach mal in die Kommentare ja das wäre auch eine coole Idee auch über coole Kommentare würden wir uns sehr freuen ne ja und wenn ihr äh Kritik schreibt dann nur sachliche Kritik und keine Scheiß Kommentare weil äh Beleidung ist ein Kacke und da kriegt ihr äh ne Meldung weltblockiert ja von daher bringt das euch überhaupt nichts ey kaum hab ich ne Höhle fertig ne schon hab ich ne neue Höhle super scheiße ey ich hab wieder viel Holz ja ne wohl ich hab ich hab ganz viel äh äh ganz viel äh weiß wie man weiß wie man weiß wie man die komischen Ranken einsammeln kann ja äh Schere braucht man dafür genau wie viel Laub ne ja du kannst dir ruhig gleich mal eine Schere machen wenn ich Eisen habe aber auch mal ein Koma und dann muss jetzt Eisen sein ich bin grad hier im Dschungel Scherzern wie oder ist das bei dir bei mir ist nicht ich hab ne gute Idee weil ich jetzt gleich direkt mal mache was denn ich komme zu dir hoch du wirst schon sehen ey das schlimmste ist ich ich laufe ohne A was denn was das war was weiß Gelette und schon wieder ein Creeper komm alter provozier den nicht mein bevor das alter alter ich hab nur noch mal woher ist unsere Bude geschreut nein aber ihr kommt zweimal im Creeper hä pl 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 Flur Wieso bin ich jetzt zwei Bist du gestorben? Nein, ich hab zwei Ja, ich bin gestorben Kann ich sterben? Okay, jetzt bin ich auch gestorben Scheiße Scheiße, hab ich überhaupt da Ja, ich find hier mein Das Haus nicht mehr Ah, da bist du ja Als Rischung war das Haus In der wo ich gerade renne Was ist? In die Richtung, wo ich gerade renne Ja, ich glaub, das ist jetzt auch schön zu Ende, ne? Ja, ich will gerade nur kurz einen Krimskrams einsammeln gehen Ich hab hier Krimskrams eingesammelt Was ist? Ich hab hier deinen Krimskrams gesehen Und sammeln gerade ein Nicht, dass er uns weggeht Bist du schon im Haus? Ja Er schiebt mich mal zu dir Sekunde, ich geh erst mal ins Haus Dann bist du sicher Gibst du einen? Sekunde Du kannst es doch selber machen Schreib, äh, schreib T, Schrägstrich T Ah, ja, Schrägstrich Hoppla T, P T, P Ja, hast du? Ja, ja Ach, scheiße, ich hab ein Zombie Boah, Laberbad, Junge, komm Zack Was? Also, ähm, T, P Ja Tom Tom Also, Tom Elf Elf Ja 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 Warte Äh, 07 7 07, ja 7, 07 2, 0, 0, 1 2, 0, 0, 1 Und deine Leertaste DJ Joe DJ Joe 2712 2712 1,999 Hau ich jetzt nicht Komm, jetzt mach einfach Komm, Mathe T T T Ey, ich hab ein Tempel gefunden Das ist schon wieder der selbe Tempel Ah, leck mich doch Was das na für ne kurze Fratze Ah, das bist du Ey, du hast meinen Kripskampf eingesammelt, ne? Ja, der liegt alles in der Kiste Oh, wie nice Dann werden wir jetzt auf jeden Fall dann jetzt Schluss machen Wir würden uns über Ab und Freude Ich geh jetzt erstmal meinen Kripskampf wieder einsammeln Mal später Das liegt ja unten noch irgendwo in der Höhle Ich geh jetzt erstmal holen Also, ja, auf jeden Fall, ne? Wir würden uns über Abos freuen Kripskampf Und Mr. Minecraft 2020 Scheiß Creeper Ja, links werden wir in die Beschreibung packen Zu beiden Kanälen Ja, dann würden wir uns auf die nächsten Folgen Mit euch zusammen dann freuen Und wenn ihr irgendwie Anregungen habt Schreibt's in die Kommentare Wir werden es euch beantworten Sagen wir hiermit Tschüss und bis zum nächsten Mal Jan, möchtest du noch was sagen? Scheiß Creeper Bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss